So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meiner neuesten Ausgabe von Gezockt. In den letzten 4, 6, 8 Wochen habe ich das ja ein bisschen schleifen lassen. Normalerweise ist dieses Magazin immer dazu gedacht, dass ich mich nach so einem Spieleabend oder nach zwei Spieleabenden, weil so ein paar Spiele gespielt haben, einfach kurz vor die Kamera setze, erzähle, was wir so gespielt haben, was da so besondere Eindrücke waren, dass ihr einfach nochmal ein Feedback davon bekommt, was so, ja, was auf meinen Spieleabenden regelmäßig auf den Tisch kommt, dass man auch sieht, okay, welche Spiele waren nur so One-Hat-Wunder und waren so einmal ein Hype und dann haben die auch stark nachgelassen und welche Spiele sind vielleicht schon älter und kommen auch noch immer wieder auf den Tisch und, ja, das ist relativ beliebt, das gucken relativ viele Leute, deswegen wollte ich das eigentlich auch weitermachen. Ich habe sogar noch ein Gezockt aus der EM-Zeit auf meiner Platte liegen, das muss ich einfach nochmal fertig schneiden und dann auch nochmal hochladen. Ich habe es auch in letzter Zeit seltener gemacht, weil eigentlich sollte das wirklich so sein wie jetzt, es ist irgendwie nachts kurz vor 3, wo wir fertig sind mit dem Spieleabend, kurz in die Kamera setzen, kurz was erzählen, fertig, ohne viel Aufwand, damit man das auch wirklich regelmäßig machen kann. Und ich habe dann schon wieder tausend Schnitte gemacht, irgendwelche Einblendungen dazu und bla. Das werde ich, glaube ich, auch einfach wieder so machen, dass ich mich da hinsetze. Und klar, manche Leute sagen, wäre cool, wenn du das Spiel mal kurz zeigen könntest. Wenn ich es hier habe, dann werde ich es halt auch kurz zeigen, aber ich werde jetzt noch extra Einblendungen und sowas machen, weil dann ist es wieder so aufwendig, dass man es wieder schleifen lässt. Und, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gestern und heute Abend Spielerabend mit Kollegen gemacht, die teilweise schon ganz gerne spielen, aber auch nicht so wirklich super spielerfahren sind. Gestern hat ein Kollege noch seine Freundin mitgebracht, die kannte halt so, hat gesagt, ja klar spielt sie gerne viel, Doppelkopf und Siedler kannte sie gar nicht, Monopoly noch. Und das ist natürlich was, wo man mit dem Spielehintergrund, den ich und die meisten von euch haben, auch sagt, okay, das ist nett, aber es gibt halt viel, viel mehr, viel tollere Sachen. Aber die meisten Menschen kennen es eben auch nicht, ihr Freund Martin auch. Ja, der spielt auch alles mit, ist total immer voll dabei. Und er meint auch, das ist mal cool, immer wenn er hier ist bei mir, so viele unterschiedliche Spiele, wie er da kennenlernt. Man weiß gar nicht, dass es sowas gibt. Und das finde ich eben auch immer wieder schön, wenn Leute, die eben halt zu solchen Spielern kommen, die sonst gar nicht viele Spiele kennen oder gar nicht wissen, was es da so gibt, und deswegen eben auch nicht viel spielen, sie sagen, hey, da gibt es so viele, so unterschiedliche, coole Sachen. Das macht Spaß und die beiden haben auch so gewirkt, als hätten sie da voll Bock drauf, beim nächsten Spielabend wieder dabei zu sein. Von daher hoffe ich mal, dass die dann wieder dabei sind und mir auch wieder Spaß dran haben. Ist übrigens ganz lustig, wir haben gestern und heute jeweils Eldridge Horror gespielt, hier mit der absonderlichen Ruinerweiterung, die es neu gibt. Habe ich schon mal eine Rezension zu der englischen Variante gemacht, jetzt habe ich eben auch die deutsche, das heißt, ich habe die ganzen englischen Karten wieder rausgesucht. Weil es eben auch wirklich ein bisschen doof ist, ich bin zwar eigentlich ganz gut in Englisch, aber gerade bei diesen stimmungsvollen Texten, die auch teilweise so von der Horrorliteratur in Anführungszeichen sehr fachspezifisch sind, wenn man da so deutsch und englisch gemischt hat, das bricht so ein bisschen die Stimmung für mich beim Spielen. Also ich glaube, wenn alles nur auf Englisch wäre, würde es gehen, aber so englisch und deutsch, ich habe es mir halt geholt, weil Heidelberger sich immer relativ viel Zeit lässt bei der Besetzung der Erweiterung. Aber ich werde ab jetzt, glaube ich, einfach immer darauf warten und dann damit viel Spaß haben. Was ich sagen wollte, gestern haben wir es halt gespielt, es kannte keiner außer mir und wir haben einfach Azathos, den ersten quasi Einstiegs großen Alten gespielt und es war super einfach, wir waren nicht ansatzweise jemals in Gefahr, es nicht zu schaffen und da hatten trotzdem alle viel Spaß und haben gesagt, boah, ein cooles Spiel. Am Anfang saßen wir auch meistens da und meinten, boah, das klingt ja super kompliziert und so viel Kram, der auf dem Tisch ist und so viele Regeln. Und ich meine nur, glaubt mir, das ist nicht schwer, ihr seid da voll schnell drin und nach vier, fünf Runden meinen sie auch, das ist ja voll gefällig, also nett zusammenspielen, kooperativ und dann eben auch von den Regeln her, das ist ja wirklich eigentlich relativ einfach und meinten hinterher auch alle, boah, ein geiles Spiel, würden sie gerne nochmal spielen, aber dann gerne gegen großen Alten, der ein bisschen schwieriger ist, weil das war halt zu einfach, das war am Ende auch so, wir gewinnen jetzt, so drei, vier Runden vor Schluss, wusste man schon, keine Gefahr, dann ist auch so ein bisschen Luft raus, das muss schon so ein bisschen spannend sein. Heute habe ich es dann gespielt, auch nochmal mit Kollegen, einer davon war gestern schon da, ansonsten seine Freunde und noch eine andere Kollegin, die auch so diese Art von Spielen noch gar nicht kannten und da ist das relativ gefloppt, was aber auch einfach daran lag, dass wir halt diese absonderlichen Ruinen gespielt haben und wir hatten eine Mysteriumskarte, die hat irgendwie gefordert, dass man doppelt so viele Hinweismarker draufliegt, wie Mitspieler mitspielen und dann hatten wir irgendwie noch so eine Prolog-Karte, die eng so ein Monster gespawnt hat, das immer noch zusätzliche Tore gespawnt hat und wenn dann irgendwie ständig Tore auf dem Feld lagen und da nochmal bei der Monster Food Monster rauskam, an die ich nicht mehr schließen konnte, das hat einfach ewig gedauert, bis wir dieses erste Mysterium aufgeklärt haben. Ich glaube, wir haben insgesamt, die waren um acht da, mit Aufbauerklärung haben wir vielleicht um neun angefangen, wir haben bis eins, halb zwei gespielt, so vier, viereinhalb Stunden und davon haben wir, glaube ich, drei Stunden an diesem ersten Mysterium gesessen, das war unfassbar lang, das hat mich auch irgendwann genervt und nachdem wir das dann durch hatten, das nächste Mysterium haben wir relativ schnell geschafft, auch das Ende dann, als das Mysterium hier quasi, also der große Eise hier wird dann irgendwann umgedreht, das ging dann relativ flott, aber die ersten drei Stunden, wenn ich da saß und dachte, boah, mach mal hin, mach mal fertig, man ist irgendwie schnell durch die ganzen Aktionen durchgehuscht, hat das auch teilweise alles nicht mehr so ernst genommen, das war schon wirklich eine negative Erfahrung. Also ich glaube, die Leute, die heute mitgespielt haben und das zum ersten Mal gespielt hatten und gleich mit den sonderlichen Ruinen angefangen haben, die fanden es nicht toll, wenn ich nochmal sagen würde, Ey, Rich Horror, würden die sagen, lass mal, und die von gestern würde sagen, ey, voll toll. Also das ist eben immer so die Frage, wahrscheinlich sollte man zum Einstieg wirklich so einen einfachen, großen, alten spielen und dann gucken, ob die Leute es prinzipiell mögen und toll finden und dann halt wirklich einen schwierigeren nehmen und bei den absonderlichen Ruinen muss ich nochmal beobachten, ob das immer so lange dauert oder nicht. Eigentlich habe ich immer so eine Erinnerung, dass Ey, Rich Horror drei Stunden ungefähr dauert. Ja, also ich mag es immer noch gerne, aber jetzt noch heute hätte ich auch erstmal wieder keine Lust mehr drauf, also ich würde es nicht sofort morgen wieder nochmal spielen, aber an sich ist es so ein Spiel, ihr wisst, es war auch in meinen Alltime Top Ten drin, wo ich eigentlich immer Bock drauf habe, es ist ein Abenteuer-Litmisch-Spiel, wo man seine Charaktere ausrüstet, hochrüstet, Abenteuer bestreitet, Würfel-Würfel drin hat, was ich ja immer gerne mag. Das ist schon sehr, sehr cool und ich denke, also ich werde jetzt bald, da ich ja auch das in noch Englisch schon ein paar Mal gespielt habe, dazu auf jeden Fall bald die Rezension machen, dass ich euch zeige, was ist da alles drin, wie funktioniert das, was ändert das am Spiel, zumindest dem, was ich bisher so erfahren habe und ja, das war Eldritch Horror. So, dann gestern, nach Eldritch Horror, war es auch schon relativ spät, also es war gar nicht so spät, aber die mussten alle früh raus, die sagten, okay, ich habe noch hier was Kleines, Großes, was auch relativ flott geht, dann haben wir Crocinole gespielt, das ist ja dieses Schnips-Spiel mit diesem runden Brett, wo man so ein Loch in der Mitte hat und dann je nachdem, wo die Steine am Ende liegen, wenn die Punkte miteinander verrechnet, Karom ist ähnlich, aber eigentlich ganz anders, aber hat halt auch so ein Brett, wo man einen Stein drauf schnippst, ich habe mir mein Brett in der Tischerei machen lassen, bei Crocinole.de, hat damals, glaube ich, 200 Euro gekostet, weil lange Zeit das teuerste Spiel, das ich hatte, aber nennen wir es hier zu, wo ich immer sagen würde, das lohnt sich, weil das hat einfach einen super hohen Aufforderungscharakter, macht richtig viel Spaß und die gestern hatten auch sehr, sehr, sehr viel Spaß dran, irgendwann waren die beiden aus dem gegnerischen Team so gut, dass die ständig in die Mitte geschossen haben und die 20er gemacht haben und wir das irgendwie nicht mehr so hinkriegt haben, vor allem ich nicht, wo eigentlich das Spiel eine Lernkurve hat, dass man sagen muss, wer es schon oft gespielt hat, ist da meistens gut und besser drin, wir haben da teilweise ganz schöne Klatschen bekommen, aber ein super Spiel, das bisher bei fast jedem richtig gut angekommen ist, ich habe mal eine Freundin gehabt, die mochte es überhaupt nicht, ansonsten fanden es alle total cool und gestern haben wir auch dann, ich glaube, man spielt da immer so einen Durchgang, dann werden die Punkte miteinander verrechnet, dann hat meistens so einer plus 15 oder plus 5 oder auch mal plus 50, je nachdem, wie das so verläuft und dann spielt man halt noch eine Partie und noch eine Partie und wer nach den drei Partien in der Gesamtsumme quasi vorne liegt, der hat gewonnen und davon haben wir, glaube ich, drei, vier Partien noch gespielt, also es hat dann auch schon noch eine Stunde gedauert, aber war halt super spaßig und es ist echt ein tolles Spiel, es gibt es ja auch in so einer Plastikversion, da würde ich euch absolut von abraten, das macht keinen Spaß, also wenn euch das irgendwie interessiert, guckt euch da mal ein paar Videos an, das ist ein richtig, richtig tolles Spiel, das ist auch definitiv ein Spiel, das werde ich mein ganzes Leben lang behalten, da lege ich meine Hand für ins Feuer, bei anderen Spielen, so Dominion war auch lange Zeit mein All-Time-Favorite, wo ich jetzt sagen würde, nee, ist immer noch gut, aber man spielt es einfach nicht mehr, ich glaube, Croc-Enough werde ich auch in 20, 30 Jahren noch regelmäßig rausholen und spielen und weil es auch einfach schnell erklärt ist, schnell erklärt ist, einen hohen Aufforderungscharakter hat, also richtig, richtig toll und da lohnt es sich, wirklich in ein gutes Brett zu investieren, unter 100 Euro würde ich dafür nicht ausgeben, ich habe in der Spieleburg dann auch Bretter gesehen für 150, die waren okay, wo ich immer noch sagen würde, mein Brett ist einfach noch deutlich toller und das macht schon deutlich mehr Spaß drauf zu spielen, wahrscheinlich wird es auf noch teureren Brettern noch mehr Spaß machen, aber das ist so eine Preisregion, die man dafür ausgeben sollte, die es aber auch absolut wert ist und wie gesagt, das ist auch so ein Ding, das kann man sich noch gerne mal zum Geburtstag oder zur Hochzeit oder so schenken lassen, ich habe es mir damals zu Weihnachten selbst geschenkt, ich habe mein Studienfach gewechselt nach vier Semestern, habe einfach nur meine ganze Seiten Fachbücher verkauft und mir davon dann das Croc-Enough-Brett gekauft und wie gesagt, das habe ich jetzt seit, wann habe ich denn, acht Jahre oder so und wie gesagt, ich habe es richtig, richtig oft gespielt, holte es immer noch richtig, richtig gerne raus, aber eins kann man leider nicht an die Wand hängen, deswegen liegt es immer unter dem Bett, aber da ist es immer gut Lichtgeschütz wird also lange seine Qualität hochhalten und ja, also Croc-Enough, guckt euch da auch mal meine Rezensionen so an, die habe ich glaube ich damals noch für Spiel-Lama gemacht, da findet man die auch auf YouTube, vielleicht mache ich selbst so meine eigene, wobei, wie gesagt, da wird eigentlich schon alles erzählt, aber das ist halt, wenn ihr irgendwie Geschädigkeitsspiele mögt und auch Spiele mögt, die halt ein bisschen hochwertiger sind, dann guckt euch Croc-Enough mal an, richtig, richtig gut. So und dann haben wir jetzt Absacker noch, willkommen im Dungeon gespielt, das ist ja so ein Push-Your-Luck-Spiel, wo eben so ein Held in der Mitte liegt und der hat ja ganz viel Ausrüstung und dann gibt es einen Kartenstapel mit Monstern, die man in dieses Dungeon packen kann und immer wenn man dran ist, kann man sich entweder entscheiden auszuscheiden, dass man sagt, ich will da nicht rein, ist mir zu heikel oder man zieht dann eine Monster-Karte, guckt die sich an und legt die entweder ins Dungeon oder man legt die raus und entfernt einen Gegenstand und da versucht man natürlich dann immer A zu wissen, was da so ungefähr für Karten drin sind, aber auch Gegenstände rauszunehmen, wo man dann weiß, okay, meine Mitspieler, wenn die da jetzt reingehen mit den Gegenständen, wenn die fehlen, werden die das nicht schaffen, aber man muss eben immer überlegen, wenn ich eine Karte ziehe vom Stapel, mir die anguckt, das Monster und die beiseite tue und einen Gegenstand rausnehme, dann kann es halt sein, dass das jetzt nicht mehr schaffbar ist, aber dass alle anderen aussteigen und ich dann dran bin und dann muss ich da rein und man weiß natürlich nie wirklich, was drin ist, man weiß nicht, was haben die Gegner reingelegt, das ist immer so eine Unsicherheit, aber das ist auch immer so ein Problem beim Spiel, am Anfang liegen da wenig Karten, aber man weiß, was man selbst reingelegt hat, man sieht, was da auch ist, man denkt sich, oh Gott, das kann richtig auch mit drei Karten schon voll in die Hose gehen und manchmal liegen da irgendwie zehn Monsterkarten drin, ich glaube, es gibt so 16 oder so zwei, vier, sechs, acht, zehn, also irgendwie so zwischen zwölf und 16 Karten und manchmal ist das auch bei acht Karten noch ganz gut machbar und so diesen Punkt abzupassen, wann man rausgeht, wann man drinnen bleibt, ist immer ein bisschen schwierig, man kann dieses Spiel auch gewinnen, ohne überhaupt jemand zum Dungeon gewesen zu sein, weil wenn man reingeht, kann man das halt irgendwie erschaffen, dann kriegt man eine Goldmedaille, wenn man die zweite Goldmedaille hat, hat man gewonnen oder man hat halt keine Lebenspunkte mehr und ist quasi tot, dann verliert man einen Lebenspunkt, wenn man seinen zweiten Lebenspunkt verliert, hat man eben komplett verloren, ist komplett raus und wenn da sich Leute halt immer überschätzen und dann doch reingehen, obwohl es eigentlich unschaffbar ist, dann ist es auch schon oft vorgekommen, dass Leute dieses Spiel gespielt haben, die nicht einmal mit diesem Helden in der Mitte ins Dungeon gegangen sind, das passiert halt, da muss man eben auch immer clever entscheiden, wann man rausgeht, wann nicht, ist also ein Push-Your-Luck-Spiel, das eben nicht mit Würfeln ist, wie es ja zum Beispiel wie Can't Stop oder Zombie-Würfel oder Schweinerei ist, sondern mit dieser Kartenmechanik, mit diesem so ein bisschen auch Bluffen und so ein bisschen Pokern, was kann man noch machen und gefällt mir richtig gut, das soll ja jetzt auch, also hier sind vier verschiedene Charaktere bei, hier sind Ritter, ein Zauberer, ein Schurkel und noch irgendwas und wir kommen im Dungeon, heißt es ja, jetzt soll wir kommen zurück im Dungeon, ich glaube schon zu Essen rauskommen, wo dann wahrscheinlich einfach noch ein paar neue Charaktere drin sind, vielleicht noch eine neue Mechanik drin, da bin ich mal gespannt drauf, aber das werde ich mir auf jeden Fall auch holen und wenn ihr Push-Your-Luck-Spiele mögt, wenn ihr das Fantasy-Thema mögt, dann guckt euch Willkommen im Dungeon mal an, habe ich auch schon eine Rezension dazu gemacht, auch ein richtig, richtig tolles Spiel. So, und wo wir gerade bei Push-Your-Luck-Spielen waren, dann haben wir noch Zombie-Dice gespielt, eigentlich auch nur, da wären irgendwie noch ein, zwei Leute auf dem Klo und ich gesagt habe, hey, komm, bis die wieder da sind, haben wir das Spiel fertig gespielt, geht ja sehr, sehr schnell, hat nicht ganz gut geklappt, aber wir haben dann halt noch eine schnelle Runde gespielt, fanden auch wieder alle unterhaltsam, wie gesagt, eigentlich ein super, super stumpfes Spiel, wir spielen Zombies, man zieht immer drei Würfel aus diesem Becher, der zeigt, die Würfel zeigen eben sowohl Füße, die sind egal, die würfelt man einfach nochmal neu, Hirne sind gut, wer zuerst 13 Hirne gewürfelt hat, gewinnt, und Shotguns, doof, wer drei Shotguns gewürfelt hat, der ist halt raus, und man nimmt halt diese drei Würfel, würfelt, entscheidet dann, ob man weitermachen möchte oder nicht, wenn man weitermachen möchte, muss man drei Würfel ziehen, muss man wieder würfeln, und freut sich dann, wenn man viele Hirne gewürfelt hat, wenn man dann halt Shotguns gewürfelt hat, hofft man, dass man unter drei gewürfelt hat, weil sonst ist man eben raus, und dann kann man eben wieder entscheiden, weitermachen, aufhören, also wirklich so ein bisschen Push-Hur-Luck, wenn da halt schon zwei Shotguns liegen, dann machen wir eigentlich nicht weiter, aber wenn vielleicht irgendjemand anders schon elf Hirne gesammelt hat, und der in der nächsten Runde gewinnen kann, ich habe erst vier, dann mache ich natürlich weiter, und würfel dann vielleicht sieben, acht, neun Hirn, denken wir, nee, ich muss noch weitermachen, ich muss noch mehr vorlegen, auch wenn es total unwahrscheinlich ist, und schafft es dann doch nicht, versagt, und dann ist der, der quasi kurz zum Gewinnen ist, nimmt die Würfel, zieht da zwei rote und einen gelben raus, würfelt drei Shotguns, und man denkt sich, hätte ich mal die sieben genommen, dann wäre ich jetzt dran, und könnte ja in der nächsten Runde selber gut vorlegen, also wenn ihr so Spiele wie Schweinerei, oder Can't Stop, oder alles so Zockerspiele mögt, dann ist Zombie-Würfel echt gut, vor allem, weil das ist halt so kleinhandlich, das könnt ihr am Schwimmbad spielen, das könnt ihr am Zug spielen, das könnt ihr am Flugzeug spielen, das könnt ihr überall spielen, überall mit hinnehmen, und auch mit beliebig großen Runden, es sollten nicht zu viele Leute sein, aber es geht schon gut zu zweit, zu dritt, zu vier, zu fünf, zu sechs, überhaupt kein Problem, bei meinen Leuten kommt das auch richtig, richtig gut an, also gerade bei meinen Kollegen, die spielen das sehr, sehr, sehr gerne, ich mag es auch immer noch richtig gerne, das ist auch ein Spiel, da wird es vielleicht irgendwann mal was geben, was das ablöst, aber so stumpf und so genial sind wirklich wenig Spiele, und wenn ihr das noch nicht kennt, und ihr Push-Rack-Spiele mögt, dann guckt euch das mal an. So, und dann das Spiel, von dem ich ja gesagt habe, in dem Jahr, wo es auf Deutsch erschienen ist, hätte es von mir aus das Kinderspiel des Jahres werden können, es hätte das Familienspiel werden können, oder es hätte das Kennerspiel des Jahres werden können, weil es einfach alle anspricht, Crazy Coconuts, ich muss nur aufpassen, dass hier nicht alles rausrutscht, ihr müsst im Prinzip nur hinten auf die, also wenn ihr es nicht kennt, hinten auf die Anleitung, also auf die Rückseite gucken, und dann habt ihr alle Regeln, diese Spielzeuge nehmen, man nimmt da halt so eine Nuss, legt ihr diesen Plastikaffen auf den Arm, schnippst den Arm, also zieht den Arm da mit dem Finger runter, dann schnellt der hoch, die Nuss fliegt in hohem Bogen, dann in einen dieser Becher da in der Mitte, und den stellt man dann vor sich ab, wer zuerst so eine Pyramide aus 6 Bechern vor sich hat, hat gewonnen, wenn alle Nüsse verschossen sind, auch die daneben gegangen sind, die nimmt man halt immer wieder, die gehören keinem, aber wenn wirklich alle irgendwann in Bechern sind, und keiner diese Pyramide hat, dann gewinnt einfach der mit den meisten Nüssen in den Bechern vor sich, und das war's dann, man kann auch, wenn ein Mitspieler schon irgendwie 3-4 Becher hat, also sobald man einen Becher vor sich stehen hat, kann man auch da reinschießen, den wieder wegschießen, und stellt die dann bei sich hin, sodass natürlich, wenn einer 5 hat, dann gehen irgendwie alle auf den, bis sie irgendwie anders wieder die Mehrheit hat, wenn man so einen roten Becher trifft, darf man nochmal, richtig, richtig, richtig gutes Spiel, macht auch immer wieder Spaß, würde ich immer wieder gerne raus, kommt immer wieder gerne an, kann man auch schon, das ist ab 5 Jahren, ich weiß, wie viele Jährige das schon können, aber das ist halt so ein Spiel, so ein Kinderspiel, die halt super geil sind, weil die machen den Kindern Spaß, und wenn die Erwachsenen da mitspielen müssen, sollen, wollen, dann haben die eben auch richtig Spaß daran, das können auch, also ich weiß nicht, wie gut kleine Kinder sind, ich habe so nie mit 5-Jährigen gespielt, aber, wenn die das so ein bisschen wissen, wie es geht, und das auch so ein bisschen können, dann haben da auch alle ungefähr gleichwertig Spaß dran, weil die Dinger fliegen so komisch, sind aufs Gummi, hüpfen manchmal wieder raus, da kann man, glaube ich, nicht so richtig, richtig gut drin sein, zumindest nicht, wenn man es irgendwie nur alle paar Wochen mal spielt, und ja, auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele, ein absoluter Favorit, und solche Spiele mag ich halt auch total gerne, einfach, total banal, aber einfach Spaß, wenn man setzt sich hin, spielt halt Spaß, voll toll, und ja, das war das Gezockt für heute Nacht, wie gesagt, ich bin eigentlich schon total übermüdet, einfach nur kurz zu die Kamera gesetzt, kurz erzählt, was ich so gespielt habe, falls ihr irgendjemanden zu diesen Spielen kennt, lasst mir auch gerne einen Kommentar dazu da, wie ihr das findet, wie es bei euch in der Gruppe angekommen ist, ob es euch vielleicht irgendwie interessiert, ob es euch vielleicht irgendwie auch auf irgendeine Fehlungen geholt habt, ich freue mich immer sehr über Feedback, und ja, das war's von mir, ich hoffe, dass dieses Gezockt-Format jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger kommt, wie gesagt, ich werde auch irgendwann dieses Gezockt aus dem Sommer nochmal hochkladen, da habe ich noch Deutschland-Trikot an und bin noch ohne Bart und alles, aber da waren auch ein paar sehr, sehr, sehr coole Spiele bei, ich habe mir das heute nochmal angeguckt, ich dachte, das wäre schon fast fertig, aber es geht dann doch irgendwie 20, 24 Minuten, wie gesagt, gucke ich mir nochmal an, da ich dann sicher die Tage auch irgendwann nochmal hoch, und ja, das war's für heute von mir, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn gerne, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, ja, und dann sehen wir uns bald in einer meiner anderen Rezensionen wieder, in einem Let's Play, in einem Empfehlungsvideo, in einem nächsten Gezockt, man wird es sehen, und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich sage bis bald, und tschüss.